Moin Leute und was geht auch hier zur anderen Folge auf unserem Kanal mit dabei ist unser Titelbild Baloo. Baloo sagt hallo in die Kamera. Ja, Alu ist auch dabei. Ja, Baloo, der kleine Racka, mit denen haben wir ja noch gar kein Video gemacht, sondern nur Shorts, davon kennt ihr ihn noch, den berühmten Jungen. Ja, heute als Kurzvideo sehr wahrscheinlich nur zeigen wir euch ein paar Tricks, ne, Baloo? Baloo? Man muss auch antworten. Baloo, gib mir Pfote. Baloo, Pfote, Pfote, Pfote. Ah, der Raff, der macht, der Raff das nicht. Baloo, gib Pfote. Pfote. Baloo, gib Pfote, bitte, bitte, bitte gib Pfote. Pfote, bitte. Ey, Al, mach mir gleich alles. Ja, ja, meistens braucht man dafür nur leckerlis, weil er möchte meist nicht. Ja, der hat ja auch schon alles nass gemacht, wenn man sieht. Baloo, Mann. Deine Fans sind hier gerade, ja? Wir haben sehr viel vor, jetzt hinschlafen. Komm, Baloo. Okay, wir fangen schon mal an. Baloo? Wir fangen an. Guck mal, alle Jungen ist leckerlis. Was macht der Euretta hin? Das war so. Wir fangen an. Klar. Okay, wir probieren erst mal die neuen Sachen. Okay, also. Also. So. Komm. Ja, okay, das kann ja noch nicht so, oder? Ich habe eben gerade erst eingeprobt, so eine halbe Stunde. Komm. Ja, kann ich. Na, probier, dann zuzuschnuppen. Ja, da. Ja. Und jetzt? Okay, das andere. Das. So. Nein, hier. Guck mal. Komm. Komm, Baloo. Ja. Fein. Und? Jetzt? Also, das Kommando heißt durch. Das haben wir auch erst vor einer halben Stunde. Das kann man aber auch ohne leckerlis, aber dann muss man nicht draußen. Aber lieber nicht. Na, Baloo? Okay. Sitz. Ja, das war leckerlis. Sitz. Baloo. Hey. Sitz. 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 Okay, Platz machen wir erst. Da kommt er wieder hoch. Also, Baloo, der hört nicht ganz auf. Baloo, guckst du mir. Da hin. Baloo? Baloo? Okay, er macht schon Sitz. Sitz. Okay. Ja. Und jetzt das letzte. Leute, Pfote. Die gute alte Pfote. Guck, guck, guck. Bravo, Junge. Ja, hallo. Bam. Mehr hat Ali nicht, wann? Du willst echt wirklich nach leckerlis. Kann es sein? Wehram mit nicht. Baloo, guck bitte mal in die Kamera, ja? Was soll ich noch machen, Baloo? Ich hab nichts. Chillen? Willst du chillen, oder was? Wollen wir Funk spielen? Willst du Funk spielen? Baloo? Der hat keinen Bock mehr. Ich glaube, der hat auch keinen Bock mehr aufs Video. Ne, Balou? Und ja, Balou sagt tschüss zu den Fans. Nein, Balou, nicht wegrenzt. Nein, nein, nein. Ach, Balou. Wartet. Warte, Balou, guck dir. So, Balou sagt tschüss. Wir sagen auch tschüss. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi. Warte, Balou. Wartet. Balou, komm mal die Pfote. Bitte. Tschüss. Ja. Aber Junge.